Was geht Freunde, euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start und ich will jetzt heute mit Snoopy und Steinchen darüber quatschen, was ich getan habe und ich hoffe, dass sie mich dann auch wieder als vollwertigen Höllenkrieger ansehen und akzeptieren und alles drum und dran. Ich habe sie schon mal davor angeschrieben, dass wir zum Alpha Tower kommen sollen und deswegen quatschen wir dort einfach mal mit denen. Hallo, hallo, oh mein Gott, ihr seid ja schon da, das ist richtig gut, Alter, was geht? Was willst du hier, Kiro? Was willst du hier, Alter? Gesundheit, Junge. Gesundheit, Alter. Was willst du hier, Alter? Was willst du hier? Bro, ich habe großes Vollbracht, Alter. Ich weiß, dass wir Streitigkeiten haben oder alles zum Unterhalt. Nein, hört mir zu, hört mir doch zu, Junge. Niemand mag dich, Alter. Niemand mag dich. Junge, hör mir zu. Was willst du? Ich habe großes Vollbracht, Alter. Gib mir Goldäffel. Gib mir Goldäffel. Gib mir Goldäffel. Mehr, mehr, mehr. Nein, den müsst ihr euch teilen, den müsst ihr euch teilen. So, seid ihr jetzt interessiert daran, was ich gemacht habe, Alter? Nein. Wie, nein. Habt ihr euch schon gewundert, warum die Christi-Krieger heute so ein bisschen anders drauf waren? Nein, nein. Eigentlich nicht. Wie, nein? Ja, eigentlich nicht. Haben die nichts gemacht oder was? Nö. Okay, Freunde, dann kommt mal mit, Alter. Nö. Alfie, kriegst du auch keine. Komm, wir fliegen. Digger, warte. Er kriegt keine. Scheiß auf ihn. So, hier. Nein, mach mal doch mal die Chester auf. Bro, was soll das denn immer? Ich brauche auch Raketen. Ich brauche auch Raketen. Ja, du hast doch genug. Du hast doch genug. Die habe ich ganz genau gesehen. Oh, Mann. Jetzt, Jungs, entspannt euch. Das wird euch gefallen, was ich euch zeigen werde. Ja, okay. Hoffe ich für dich. Hoffe ich für dich. Wenn nicht, dann gibt es hier jetzt Backpfeifen. Ne, Backpfeifen. Wo geht es jetzt vorhin? Warte mal. Da lang. Jetzt müssen wir jetzt... Ja, versuch mal zu fliegen. Ja, geht jetzt nicht. Dankeschön. Egal, Jungs. Kommt, flieg mir hinterher. Wir müssen zur Christi-Krieger-Base jetzt. Let's go. Einfach mir hinterher. Freunde, die werden so richtig begeistert sein, glaube ich, Alter. Die werden richtig Auge machen. Also, die werden richtig große Auge bekommen. Wollte ich eher sagen. Nicht, dass die Auge machen. Ey. Ich glaube auch nicht, dass ich zu viel versprochen habe, wenn ich das so groß angekündigt habe. Aber wir sind hier gleich bei der Christi-Krieger-Base. Die sind noch hinter mir. Das finde ich gut. Und da sieht man immer noch den kompletten Schaden hier. Guckt euch das an. Was ist das? Was ist das? Das warst du nicht. Guckt euch das an, Alter. Guckt euch das an, was ich gemacht habe mit Tobis Maschine. Mit Tobis Kanone. Was soll das jetzt sein? Erzähl mir das mal. Ja, ich habe die Christi-Krieger-Base komplett weggesprengt. Siehst du das nicht? Ja, und jetzt? Ich habe die komplett ein Kristall weggenugt. Ja, und jetzt? Ja, wie war es das? Ist das krass, oder was? Ja, natürlich ist das krass. Ich dachte, du sprengst die ganze Base, aber das ist ja gar nichts. Ja, guck dir das an, Alter. Bro, wir können gerne nochmal zu der Kanone gehen und alles komplett hier wegspringen. Da habe ich gar nichts dagegen. Die waren sowieso frech zu mir. Also, ich sage dir ehrlich, die beste Zeit davor. Ja, ist so. Oh mein Gott. Digga, warum musst du immer so furzen? Chill mal. Du furzsack, Alter. Ja, was los steigelt? Ich habe sie niemals gesperrt. Ich habe die hier sein, okay? Es ist dafür nicht so. Die brauche ich. Die darf nicht sein. Mach die weg. Mach die weg. Du darf da nicht mehr rankommen. So wie du findest, wir sollten das noch mehr sprengen, oder was? Hm, ein bisschen. Ja, okay, okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zu der Kanone am besten. Nein! Digga, Steinchen. Ey, wie komme ich hier nicht mehr hoch? Ja, ne? Schön finde ich. Aber Kiro, wie gesagt, Bro, ne? Ich verzeihe dies immer noch nicht. Ja, wie verzeihen? Bro, warte, warte, komm. Wir gehen jetzt zu der Kanone. Ne, ist das weit weg? Wir müssen in den Nether gehen. Wir können darüber reden. Ja, was wollen wir reden? Ja, also, weißt du, die Crystal Krieger denken, die wären krass. Ja, Bro, ich habe denen das Gegenteil davon bewiesen, Alter. Schau mal, was können die eigentlich? Gar nichts. Die haben ein dickes Loch in der Decke. Mehr nicht. Dein Kristall ist nichts mehr wert. Kiro, komm mal, ich muss was erzählen. Ich habe was Schlimmes getan. Was hast du getan? Siehst du mein Skin? Ja, ich sehe dein Skin. Giro, ich habe jetzt nur blieb gebannt. Du warst kein Höhenkrieger, mein Team war ein Loser. Und ich habe gestern die Höhenkrieger verlassen gehabt. Wie? Ich war für einen Tag lang ein Küssenkrieger. Und ich habe die Tasche geschenkt. Egal, Jungs, Jungs, kommt mit, kommt mit. Wir gehen jetzt zu der Kanone. Kommt mit. Was soll ich jetzt machen, Giro? Du kommst einfach mit. Wir gehen jetzt zu der Kanone. Wir sprengen jetzt noch komplett. Wir sprengen komplett noch die Crystalkrieger-Base weg. Okay, Freunde, wir gehen jetzt noch zu der Kanone und sprengen einfach die komplette Kristallkrieger-Base weg. Es reicht nämlich endgültig. Die Kristallkrieger haben uns nämlich genug angetan. Und ich hoffe, es ist Supi und Steich. Die sind davon überzeugt, was ich hier eigentlich mache. So, wir müssen jetzt hier einmal durch das Nether durch. Äh, nicht schießen. Doch, Junge. Schieß, schieß, schießen. Nein, ey, beruhigt euch. Okay. Oh, er furzt, Digga. Ah, was geht? Wir müssen, wir müssen erst mal zu der Festung hier. Kann ich fliegen? Ich kann doch nicht fliegen. Was für eine Festung. Ja, unsere Festung, unsere Nennerfestung. Ach so, ich dachte, eine andere Festung. Einmal. Ich habe nämlich eine andere gebaut. Dein Spaß. Wir müssen, wir lang. Moment, ich kann doch nicht fliegen. Jetzt, da, komm mit. Hier, das war irgendwo hier. Und dann gibt es hier da so ein komisches Loch. Ja, genau, hier durch. So, hier, guckt euch das an. Was ist dieses Kontrollzentrum, was mir Tobi gezeigt hat? Hier muss man die Koordinaten irgendwie eingeben und alles drohen dran. Der, hier, wir können die Einstellung dann laden. Kann ich ins Nether-Portal rein? Warte mal, ich feuer einfach mal ab. Ich habe nämlich noch irgendwas eingestellt gehabt. Moment, aber... Ähm... Hey, hier passiert gar nichts. Du hast mich drauf gefeuert? Automatikbetrieb. Kann ich da mal drauf drücken? Bro, wieso leuchtet das nicht? Ach. Also, es müsste, glaube ich, noch die Koordinate 500.000 eingestellt sein, wegen Crystal Trigger Base. Hä? Kommt mal mit, kommt mal mit. Irgendwas stimmt nicht. Hier geht es nämlich zu dieser... Zu der Kanone an sich. Hier geht es durch. Oh, Kanone? Kanone? Was? Was? Ähm... Nein, Tobi hat sie, glaube ich, zerstört. Alter! Junge! Er hat seine eigene Kanone zerstört. Das ist kaputt. Nein! Wieso macht er das? Die Kanone ist kaputt. Oh, nein. Bro, ich hätte das doch komplett... Wir hätten die komplette Insel damit zerstört. Nein! Bro! Die Insel wäre dadurch dann durch uns kaputt. Das wäre geil gewesen. Wir hätten die komplette Macht gehabt, einfach. Wir hätten einfach alles sagen können. Wir hätten sagen können, Alter, Bro, entweder du gibst uns zwei Stacks Diablöcke oder wir sprengen dein Haus komplett weg, Mann. Also, du hast mit dieser Kanone das gesprengt, oder was? Ja, Bro, ich habe einfach Tobi seinen Genie benutzt. Nein, das hat Tobi gebaut, aber ich habe es genutzt. Du hast das gebaut, Alter! Du hast das gebaut? Oha! Ey, Kiro, mein Respekt. Ich sag dir so, wie es ist, du hast was richtig krasses gebaut. Also, ich sah zumindest mal so aus. Bro, ich habe es halt genutzt, um die komplette Kristallkriegerbase damit den Kristall wegzusprengen, Digga. Du hast es richtig gut gebaut, Bro, ich sag dir so, wie es ist. Findest du wirklich? Äh, ja. So ein Blut, mein Ey, der hat mich verhunder geschickt, einfach Kirol. Ja, ja, ich habe es gesehen. Also, wie gesagt... Hey! Hey, entspannt euch! Hey, Kirol, du begeisterst mich gerade voll, ey. Ja, Bro, ich habe wirklich die Schnauze voll. Ich will einfach wieder mit euch sein, Alter, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe keine Lust mehr, dass ich hier den Solo-Trooper machen muss. Aber ich habe hier voll langs, ey. Ja, komm, lass es gehen. Kirol, ich sage dir ehrlich, du hast meinen Respekt. Ich komme, warte, ich komme. Ja, komm, komm her, komm her. Wir können hier drüben quatschen. Ich komme! Wir gehen durchs Portal, komm gleich nach. Ich sage ehrlich, Bro, Kirol, meinen Respekt hast du schon mal. Du hast wirklich mal Respekt. Oh, sehr geil, Digga. Ey, ich will auch wirklich, ich habe gerade auch zu Steinchen gesagt, ich will einfach wieder mit euch sein. Ich will einfach mit euch wieder zusammen Höhenkrieger sein. Denn das war ein Prank von mir. Ich sage das so, wie es ist. Ich meine das nicht so. Das ist so krass gewesen, Mann. Digga, jawohl. So soll es so aus, Alter. Höhenkrieger, 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 Höhenkrieger. Aber wer ist jetzt eigentlich der Heldenlot? Ich bin der Heldenlot, du bist gestorben im Stream zweimal. Der kann gar nichts annehmen. Hä? Das stimmt nicht. Ey! Komm hier rum. Kannst du Lava wieder stehen? Hä? Moment. Ich habe wieder, ich, 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 ich habe wieder die Buffs. Ich habe die Buffs. Was? Wirklich? Ich habe wieder die Buffs. Nein, du Lügner, du Lügner. Lass mich sehen. Richtig Feuerresistenz. Junge, Junge, Junge. Ich habe mein Einzelnen wieder. Komm, wir springen mal ins Lava. Nein, wir springen mal ins Lava. Komm, wir springen mal ins Lava. Bro, lass, lass kommen, lass springen, let's go. Ja, gar nichts, Digga. Ich kann nur durch Lava schwimmen. Ich schwimmen mit Lava. Ich schwimmen mit Lava, 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 Lava. Wir schwimmen mit durch die Lava, wie es uns gefällt. Gefällt, gefällt, gefällt. Ja, Mann, Digga. Warte, warte, hier mein Einzelnen, Digga. Warte, warte. Moment, Moment, explodiert gleich. Hä? Boom. Da kommen Josefs raus. Was machen die? Wo laufen die hin? Josef. Josef, A, B. Mein Einzelnen hat sich komplett verändert. Das explodiert auf einmal. Hey. Ich werde angegriffen. Ich verstehe dich. Die greifen, die wirken dich an. Nein, 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 nein. Ich werde angegriffen. Ich muss hier raus. Ich beschütze dich. Oh, verdammt. Das hat nicht geklappt. Hä? Wie krass ist das denn? Die Hühner greifen einfach andere an. Ja, ich glaube, das ist ja voll cool. Bro, das muss ich... Wer ist online? Digga, wer ist online? Oh, Tobi, Riley, Digga, pischt da. Ich könnte es eigentlich allen heimzahlen. Die Höllenkrieger. Dün, dün, dün. Woher kommt ein Zombie, Digga? Was machen Zombies hier? Die Höllenkrieger. Dün, dün, dün. Wir sind die Höllenkrieger. Dün, dün, dün. Ja, Mann. Oh, oh. Wir sind einfach wieder gemeinsam die Höllenkrieger, Alter. So schaut es aus, Junge. Okay, Freunde, aber ich würde jetzt mein neues Item einfach mal an den anderen ein bisschen ausprobieren, hätte ich gesagt. Ja, ich küsse dein Herz, Digga. Ja, ja, warte, komm mit. Freunde, ich habe jetzt einfach mein Item wieder. Und ich bin ein vollwertiger Höllenkrieger. Ich habe wieder die Baste. Ich bin ganz so glücklich. Oh, mein Gott. Das heißt, Mira. Ich muss gleich mit Mira noch reden. Stimmt. Ich muss unbedingt mit Mira reden. Ja, ja, zeig. Okay, jetzt will ich mein neues Ei zum Einfach direkt ausprobieren. Es ist einfach anders geworden. Davor hat es ja so eine Explosion gegeben, wenn das Ei irgendwie auf jemanden geworfen wurde oder wenn es da ein bisschen rumlag. Aber jetzt kommen da einfach solche Chaos-Hühner raus oder so. Das ist viel cooler. Was sagst du? Schreib mal, Pisch. Der weiß ja noch nicht, dass er Höllenkrieger ist. Ey, wo bist du, Mann? Ich muss dir was zeigen. Soll ich ihn hier herholen, Digga? Ja. Okay, Diggi, mach das. Ey, Freunde, das hat mega gut geklappt, Alter. Ich bin so glücklich. Ich habe meine Buffs wieder. Ich habe mein Item einfach wieder. Und das in einer viel besseren Version. Aber jetzt will ich das unbedingt an irgendjemanden testen. Oh, Pisch hat geantwortet. Was ist los? Komm mal zum Tower. Der hat gar keine Ahnung, was da los ist. Aber mit Pisch, da habe ich auch noch eine Rechnung offen. Deswegen, mal schauen, ob das mein erstes Opfer wird. Ey, das wird jetzt viel zu krass. Ich werde ihn jetzt erstmal voll anlügen und so sagen. Oh, da ist er ja. Was ist los? Hey, Digga, ich weiß nicht. Hast du es mitbekommen, dass ich meine Kraft verloren habe und solche Sachen? Äh, ja, aber ich... Digga, warum klingst du so down? Ist alles gut, Mann. Äh, ja, ich bin aber verwundert, warum du mich anschreibst. Wow, weil ich bin halt so ein bisschen im Zwiespalt. Ja, ich habe die Kristallkrieger-Base gesprengt. Wie, was? Ja, hä? Ich sagte, das war Urs. Nee, Digga, diesmal war ich das hier mit dem Kristall. Das war nämlich so ein Racheakt von mir. Und jetzt ist ja natürlich so ein Zwiespalt so, weil... ...Höllenkrieger weiß ich ja nicht, ob ich das werde. Äh, wieder, weil ich weiß halt nicht, ob ich aufgenommen werde. Deswegen, ich wollte es mal mit den Schattenkriegern versuchen. Meinst du, ich habe da Chancen? Das klingt interessant, ja. Ja, durchaus, durchaus. Ah, nein. Tut mir leid. Ja, okay. Dann gibt es auch keine Chance für dich. Ja, auf ihn. Auf ihn, Josefs. Ja, noch mal. Aber ich mache Damage. Aua, Schüder. Aua. Auf ihn. Auf ihn. Ah, nein. Tschüss. Yippie. Ja. Wo sind, wo sind, wo sind? Ja. Warte mal, Josef. Die verfolgen ihn. Die verfolgen ihn. Ja, 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 ja. Wo ist er, wo ist er? Bro, das funktioniert ja übelst gut. Moment. Wo geht denn, wo geht denn? Bleib stehen. Bleib stehen, Digga. So nicht. Die verfolgen ihn. Wie weit die den verfolgen, Digga. Das ist ja viel zu krass. Wo ist er, wo ist er? Piszta. Piszta, wo bist du? Da ist er, da ist er. Auf ihn. Aua. Auf ihn. Aua. Jawohl. Jawohl, Digga. Auf ihn. Auf ihn. Ey, du kommst nicht weg. Du kommst nicht weg. Ja. Du kannst nicht fliegen. Ich muss ihn treffen. Ich muss ihn treffen. Oh, er glitscht. Er glitscht. Nein, 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 nein. Du darfst nicht fliegen. Nein, 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 nein. Wieso kann er fliegen? Er wurde doch noch angehittet. Oh mein Gott, guckt euch mal diese Armee an. Ja, ihr werdet Piszta verfolgen. Ey, das, dass die auch alle Josef heißen. Wie cool ist das denn? Was fliegt er da so rum? Was macht er? Das sind alles die Josefs. Ja, die bleiben jetzt einfach hier. Die, die stiften Chaos. Wen könnte ich jetzt noch vor meinem Item zeigen? Warte mal. Blackjack und Ryan, die sind online. Blackjack habe ich hier lange nicht mehr gesehen. Deswegen wäre es doch eigentlich mal sinnvoll, ihm wieder einen Besuch abzustatten. Ey, yo, wo bist du? Ich muss dir unbedingt... Äh, nee, warte mal. Das klingt so aufdringlich. Ey, yo, wo bist du? Ich, äh, ich will mit dir mal quatschen. So, ich glaube, das klingt vernünftig. Das klingt vernünftig. So, ich hoffe, er antwortet auch, weil Blackjack war schon sehr lange nicht mehr auf der YouTuber-Insel. Mal gucken. Und es gibt direkt eine Überraschung hinterher, dass er einfach... Dass er einen Huhn, eine Hühnerarmee einfach abbekommt. Aber so wie es ausschaut, antwortet er ehrlich gesagt nicht drauf. Ich würde mal gerne noch was austesten. Ich glaube, man kann eine richtig coole Falle damit machen, mit meinem Item. Auf dem Alpha Tower, wo bist du? Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Dann ist es doch schon sehr gut. Dann schreibe ich, komme dorthin. So. Ah, da ist er ja auch. Hallo. Hallo. Alter. Wir haben uns ja schon... Schon lang nicht mehr unterhalten. Du warst ja auch länger nicht mehr da. Und, ähm... Wir haben ein bisschen her. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass du und ich noch keine richtige Unterhaltung eigentlich geführt hatten. Das ist richtig. Aber darf ich dich mal im Vorort was fragen? Ja, was denn? Wem gehörst du an? Also, ich bin bei den Höllenkriegern eigentlich. Aber irgendwie war das jetzt auch nicht mehr so, weil ich alles verloren hatte. Also, ich bin mir selber gerade nicht so sicher, mehr zu sein. Okay, weil mit Alpha-Steinchen und Timmy habe ich heute tatsächlich auch schon geredet. Oh, oh. Was ging's? Äh, nix. Wir haben uns halt mal getroffen. Dann hat Timmy mir die Höllenkrieger-Base da gezeigt und so. Oh, sehr cool. Äh, Alpha-Steinchen hat mich angepupst. Ja, das macht er sehr gerne. Ja. Ich weiß, wie nervig das ist. Ja, und zu wem gehörst du, Alter? Seine Rüstung lässt bisher so auf Schattenkrieger vermuten irgendwie so. Niemand tatsächlich, also... Oh, unparteiisch. Ja, richtig. Und so von Höllenkriegern her, meinst du nicht, du passt da rein? Also, ich sag mal so, ich hab in der Vergangenheit schon des Öfteren mal mit Timmy zusammengearbeitet, aber allein das heute, das waren wir alle schon wieder so ein bisschen zu ruppig. Er ist so ein bisschen so ein Hau-drauf-Männchen. Ja, ich verstehe, was du machst. Ja, ja, da sind Timmy und ich ein bisschen gleich, würde ich sagen. Weil ich denk auch nicht nach, wenn ich den hierzu... Was ist denn jetzt? Was für Hühner! Auf ihn! Jawohl! Noch mehr Hühner! Noch mehr Hühner! Oh nein, ich hab auch mal geworfen. Ja, 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 ja. Ich hol mir doch einen Toten... Nein, ich zieh schon wieder vorbei. Ich komm mit! Ihr seht... Ja! Ja! Jiffi! Jungen, was ist denn jetzt? Ey, das macht ja übelst Schaden! Oh mein Gott! Ey! Moment, 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 noch nicht zelebrieren. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ey, ihr seid so cool, Mann! Ich muss mich unbedingt bei Mira bedanken. Ich muss mich so bei Mira bedanken. Blackjack, wo bist du? Ich hole mir alle eure Items. Moment. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ey, ich bin doch nicht ganz fertig hier. Blackjack. Vielleicht versteckt er sich hier irgendwo noch. Vielleicht ist er bei Eiferschein ins Haus. Hallo? Ist hier jemand namens Blackjack? Ey, er hat abgelehnt, dass er zu den Höllenkriegern gehören möchte. Und ich feiere das nicht. Hallo Josef. Hallo andere Josef. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Ihr seid wirklich super stark, Alter. Die machen anscheinend richtig viel Schaden. Ich würde es mal super gerne an mir selber testen können. Aber kann ich halt nicht. Oh mein Gott, Digga. Das ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ich werde definitiv jetzt noch mit Mira ein bisschen quatschen. Und mich definitiv bei ihr bedanken. Aber Freunde, das mache ich glaube ich bei der nächsten Episode. Deswegen, wenn euch das gefallen hat und ihr nichts mehr verpasst wollt, lasst ein Like da. Abonniert am besten. Und zerstört diese Glocke unbedingt. Let's go. Oh.